Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster. Guten Abend, meine Damen und Herren, das sind die Themen von heute. Trotz Abwrackprämie landen viele Altautos illegal im Ausland statt in der Schrottpresse. Vor zwei Monaten hat seine umstrittene Wiederwahl Iran in eine schwere politische Krise geführt. Heute hat Präsident Ahmadinejad den Amtseid abgelegt, während die Polizei wieder gegen Demonstranten vorgibt.